Das ist er. Von dem hab ich dir erzählt. Super! Nicht schlecht, der Angeber. Der ist wirklich ganz gut. Ich war ein Spieler. Vinnie Walker, angehende Legende. Vinnie war ein Profi. Er lebt in seinem Auto und das seit Monaten. Er weiß nicht weiter. Wir nehmen an einem Fußballturnier teil. Wir werden noch rumfahren. Es nehmen Spieler aus der ganzen Welt daran teil. Das ist die Fußball-WM der Obdachlosen. Obdachlos? Ich bin nicht obdachlos. Wir dachten, er wäre obdachlos. Und dabei ist er bloß ein Arsch. Dieser Wettkampf führt uns alle zusammen. Es ist eine zweite Chance, um Teil eines Teams zu werden. Sie repräsentieren das Potenzial, das der Sport bietet, um eine bessere Welt zu schaffen. Komm mit nach Rom. Ich kann nicht. Ich glaube schon, dass du kannst. Das ist ein richtiges internationales Fußballturnier. Was denn sonst? Ich dachte, das wird ja klar. Wenn du den Ball hast, passt du zu mir. Das reicht mir jetzt. Du hältst dich für was Besseres, weil du einen Ball treten kannst? Ich bin nicht besser, sagst du also? Alle haben einen Grund, warum sie hier sind. Und jeder Spieler hat eine Geschichte zu erzählen. Ich habe was Dummes gemacht. Aber ich bin jetzt anders. Ich muss das beweisen. Du glaubst, Fußball kann das ändern? Niemand kann sich selbst retten. Wir retten uns gegenseitig. Du warst herausragend. Das bist du noch. Und wenn ihr mal vom Weg abkommt, wird das Team euch immer wieder finden. Ich lade dich zum Essen ein, wenn ihr gewinnt. Aber ihr gewinnt nicht. Bereit? Ja! Wir können Südafrika nicht finden. Südafrika liegt am Fuß von Afrika. Sie meint gerade das Fußballteam, Elder.